Der Ukraine gehen die Waffen aus und Facebook zensiert Verhütungsvideo. Ich bin Jakob, das ist Ihnen was geht auf Flash News. Gestern haben türkische Sicherheitskräfte an der Grenze zu Syrien mit Tränengas und Wasserwerfern auf Kurden geschossen. Die aus Syrien kommenden Kurden setzten sich mit Feuerwerkskörpern zur Wehr. Warum es zu der Auseinandersetzung kam, ist noch nicht eindeutig geklärt. Am Freitag hatte die türkische Regierung dafür gestimmt, acht Grenzübergänge zu Syrien zu öffnen. Seitdem sind laut den Angaben der Vereinten Nationen bereits 100.000 Kurden in die Türkei geflohen. Die Kurden sind auf der Flucht vor den Kämpfern des Islamischen Staates. In den letzten Wochen hatten diese immer mehr kurdische Dörfer eingenommen und die Bewohner vertrieben oder sogar getötet. Allein seit Donnerstag haben die Extremisten etwa 60 Dörfer erobert. Jetzt hat die Türkei bereits wieder mehrere Grenzübergänge geschlossen, da so viele Menschen innerhalb der drei Tage geflüchtet sind. Seit dem Beginn des Syrischen Bürgerkriegs 2011 sind etwa 1,5 Millionen Menschen in die Türkei geflohen. Darum kündigte das UNO-Flüchtlingshilfswerk UNHCR an, seine Hilfen für die Türkei zu erhöhen. Seit Samstag sind übrigens auch 49 türkische Konsulatsmitarbeiter wieder in ihrer Heimat. Sie wurden im Juni von IS-Kämpfern entführt. Laut Recep Tayyip Erdogan wurde kein Lösegeld für die Geiseln gezahlt. Die ukrainische Armee hat zwei Drittel ihrer Waffen verloren. Das gab der Präsident Petro Poroschenko bekannt. Etwa 60 Prozent der Waffen wurden durch die Kämpfe mit den pro-russischen Separatisten zerstört. Poroschenko baut jetzt auf die USA und auf Kanada, die versprochen hatten, Waffen zu liefern. Der Präsident betonte, dass sein Land den Frieden dringend benötige. Außerdem sei der Konflikt mit den Separatisten nicht militärisch zu lösen. Denn je mehr ukrainische Soldaten stationiert werden, desto mehr russische Truppen würden folgen. Am 5. September hatten sich die ukrainische Regierung und die Rebellen eigentlich auf eine Waffenruhe geeinigt. Allerdings ist diese nicht wirklich zuverlässig. Jetzt am Samstag wurde dazu ein Neun-Punkte-Plan aufgestellt, der unter anderem eine entmilitarisierte Pufferzone beinhaltet. Die Raumsonne Maven hat die Umlaufbahn des Mars erreicht. Damit ist sie nach 10 Monaten und 711 Millionen Kilometern an ihrem Ziel angekommen. Die Raumsonne gehört der NASA und sie soll die Gründe für den Klimawandel auf dem Mars erforschen, der vor etwa drei Milliarden Jahren stattgefunden hat. Die Daten, die Maven übermitteln wird, sollen außerdem dabei helfen, herauszufinden, ob es einst Leben auf dem Mars gab und ob es zukünftig dort möglich sein wird. Also für uns Menschen. Am Sonntag gab es die weltweit größte Klimademonstration aller Zeiten. Mehr als 300.000 Menschen gingen allein in New York auf die Straße. Die Demonstranten forderten mehr Klimaschutz. Auch Leonardo DiCaprio, Sting und Edward Norton gehörten zu den Protestlern. Insgesamt gab es am Sonntag etwa 2.500 Kundgebungen in 160 Ländern. Organisiert wurden sie von der weltweiten Bürgerbewegung AWAS, die sich für Themen wie Klimaschutz und Tierschutz sowie für die Bekämpfung von Krieg und Armut einsetzt. Die Demos fanden gestern statt, da morgen der UN-Klimagipfel in New York beginnt. Am Sonntag gab es noch eine weitere Demonstration oder besser gesagt einen Friedensmarsch in Moskau. Unter dem Motto Nein zum Krieg forderten etwa 5.000 russische Demonstranten ein Ende des Krieges mit der Ukraine. Damit kritisierten sie den Präsidenten Wladimir Putin und seine Ukraine-Politik. Auf einigen Transparenten war weg mit Putin geschrieben. Es ist die erste Antikriegsdemo seit den Kämpfen um Lugansk und UNESCO im April. Organisiert wurde sie von der russischen Opposition. Die Demo war von der Stadt Moskau genehmigt worden, was gar nicht so selbstverständlich ist, da es in Russland ein sehr strenges Versammlungsgesetz gibt. Unser geliebtes Facebook sorgt mal wieder für Empörung, weil es ein Video zur Verhütung zensiert hat. Jetzt wird darüber heftig auf Twitter gelästert. Das Video, das cartoonartig gestaltet ist, erklärt, was ein Frauenkondom ist und wie es richtig während des Sex verwendet wird. Facebook sperrte das Video, weil es gegen die Nutzungsbedingungen verstoße. Auch die Fanpage der Organisation Tea Time and Sex Chats wurde gelöscht. Dort wurde das Video nämlich veröffentlicht. Tea Time and Sex Chats ist eine Seite von der Universität Chicago. Sie soll die Sexualerziehung fördern und Studenten Raum für Fragen und Diskussionen geben. Auf der Twitterseite von Tea Time and Sex Chats ziehen die Nutzer jetzt heftig über Facebook her. Die Autoren der Seite sehen das Ganze aber relativ gelassen und tweeten. Sie können uns zwar von Facebook vertreiben, aber nicht daran hindern, tolle Events zu planen. So, nun zum Schluss wie immer noch ein paar kleine Fragen. Findet ihr denn, dass die Türkei ihre Grenzübergänge offen lassen sollte? Interessiert ihr euch für Klimaschutz und was sagt ihr zu Facebooks Zensur? Schreibt es mal gar nicht unten in die Kommentare rein. Ansonsten gibt es dann hier wie immer noch zwei weitere Videos. Unter mir könnt ihr abonnieren. Hier gibt es dann Tex Kalibur und alle weiteren Social Media Links und meinen Kanal unten in der Videobeschreibung. Das war die Aske. Flash News. Und ich bin irgendwas anderes. Jetzt machen. Ciao. Ciao. Ciao.